Ich frage meine Lieblings in der Büchgarage und dann habe ich einen Moment in die Hochschule. Sie gehen schon in den St. Paulsburg, aber wenn ich dort unten vorstehe, in die Handvollziehen werde ich immer gerne. Ich muss nicht sagen, dass ich zu denen das war. Ich komme auseinandergetaublich und dann bin ich in die Augen. Sie sind hier gerade in der Hochschule hier. Dann muss ich wirklich noch einmal in die Hochschule schauen. Hier, Johanna, nimm die Hütte. Sie haben die Hütte genommen, ich habe gar nicht gedacht, dass sie das war. Dann schreit sie, hier mal auf der Seite. Sie sind hier von vorne gewesen. Ich muss mal ausprobieren. Schau dich! Schau dich! Du, siehst du? Wenn ich in die Hochschule, wo du bei den Etennstufen bist, wenn ich in die Hand habe. Und du hast gerade homepage. Ich war schon sehr sehr groß. Wir sind hier kurz, mit denen schnell zu gehen. Ja, was so. Die Zeit in die Spiegel kommt, wenn wir zeigen. Und dann ist der Papa. Und dann schau dich kurz. Ja, sie können und sich dann schalten. Man muss ja nicht alles wissen, man muss noch wissen wohnen. Das ist gut, habe ich gerade wieder gedacht. Sieh, Philipp. Sieh, Philipp. Sieh, Philipp. Sieh, Philipp. Sieh, Philipp. Sieh, Philipp... Sieh, Philipp, Siehา Sieh, Philipp, Sieh. Ja, aber wir werden auch noch anschlossen, das ist schon toll. Ja, schon, ja. Das ist ja schon schön. Ich habe schon mal hier noch eine Lunde, mit dem Flugzeug denk ich. Ja, mit dem Flugzeug verspürt... Das sind verbindigste Lücke. Ja, ich habe das schon gesagt, dass wir es jetzt in Süden himmel sind, dann können wir auch schon mal nur das. Ja! Ja, das ist ja ganz schön. Die Süden-Lizt-Lizt-Lizt-Lizt Weihnachtsmusik Das war's für heute. Das ist ein Bogen, aber das ist ein Kalbärmejörd. Kannst du mir noch einen Lärmchen machen? Ja, ja. Die Kirche ist in der Kirche. Die Kirche ist in der Kirche. Eigentlich bin ich nicht in der Kirche. Ich glaube, dass die Kirche ist. Herr Profan von Freikam. Die Kirche ist in der Kirche. 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 Good morning, ladies and gentlemen. Please keep your seatbelt fastened while the seatbelt sign is on. Recommended to keep your seatbelt fastened whenever you are seated. Toilets are located at each end of the cabin. And please remember that smoking is not permitted at any time. This includes e-cigarettes. Please take care when opening the overhead lockers in case anything falls out. We'll shortly commence our Easter service. And we have a fantastic selection of snack boxes, sandwiches, including our best-selling hot and cheese toastie. A range of hot and cold drinks, including Lipton iced tea and Fanta orange, which are now new on board. In addition, we have a variety of sweet and savory snacks, with something for everyone. With a great value hot drink deal, combine a Belgian chocolate brownie and blueberry muffin with a hot drink for just €4.50. For the main meals available on today's flight, please refer to main menu number three. Within the Bisto menu card in your seat pocket. Our preferred method of payment is credit or debit card, and we also accept contactless payments. If paying by cash, we accept pounds, euros and most major currencies. The credit change is highly appreciated, and don't forget, if you purchase a taxi fare for your flight today, you have a voucher to spend on food and drink from our Bisto range. Simply show your boarding pass to a member of cabin crew. If we can be of any further assistance, then just ask us when we join you in the cabin. My ladies and gentlemen, please stay safe. My ladies and gentlemen, please stay safe. Bye.